Meine Lieben, es ist schon reichlich süßlich, dieses fromme Bild vom guten Hirten hier hinter mir, wie so das Lämmlein liebevoll auf der Schulter trägt und alles ist wieder wunderbar. Mit der Arbeitswirklichkeit der Hirten zur Zeit Jesu hat es relativ wenig zu tun. Das waren eher die armen Außenseiter der Gesellschaft, Tagelöhner am Rande des Existenzminimums. Sie mussten sich schon deswegen um die Herde kümmern, denn wenn ein Tier verloren ginge, hätten sie es selber ersetzen müssen und wie hätte das gehen sollen? Wie schaut es heute in der Kirche aus mit den Hirten, die sich diesen guten Hirten zum Vorbild nehmen? Manchmal scheint, zumindest im Laufe der Kirchengeschichte, weder das Bild, das fromme des guten Hirten Jesus, noch die arme und karge Lebenswirklichkeit der Hirten von damals wirklich zuzutreffen. Aber gerade wenn wir manches vielleicht heute mit Fragezeichen sehen, wenn wir vom guten Hirten reden, gerade das ist wichtig und gerade darin steckt auch eine ganz neue Perspektive für die Kirche von heute. Wenn wir den Mut haben, genau hinzuschieben und zu fragen, wer ist denn Hirte und wer ist denn Hirte? In wen ruft denn Jesus so auf seinen Weg? Ich werde davon erzählen, in meiner Predigt am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr hier in der Feichtner Pfarr- und Wallfahrtskirche, der Gottesdienst wird live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. Zuvor schon um 10 Uhr feiere ich die Erstkommunion in Wald, auch zum guten Hirten und ich werde wohl dieses Thema auch schon bei einem wunderschönen Kirchenkonzert, bei einer kirchenmusikalischen Andacht am Samstagabend um 19 Uhr hier in Feichten aufgreifen. Euch alle lade ich herzlich dazu ein und wünsche euch jetzt schon einen gesegneten Sonntag.